Weil Fahrradfahren der beste Sport der Welt ist. Tatsächlich die Herausforderung und die Anstrengung. Es waren halt bei uns alle am Start. Ich habe die eine versickte Lizenz gezogen. Aber was treibt dich an, Rennen zu fahren? Du könntest ja auch einfach in den Wald gehen. Ja, okay. Es macht oben Klick und die Uhr läuft. Und in all den Jahren hast du dir so eine Art Routine entwickelt, was du jedes Rennen machst, wo du dich immer gleich vorbereitest oder sowas. Auch am Rad. Ja, auf jeden Fall. Die Vorbereitung geht schon um eine Woche vorher zu Hause los. Dann suche ich mir schon mal so eine Strecke zu Hause raus, die so ein bisschen auf das Gelände passt. Wie hier zum Beispiel mit vielen Steinen. Ja, dann viel Schrauberei an dem Rad. Dann Reifen gucken, was fahre ich für Reifen, Dämpfung, welchen Dämpfer, Stahlfeder oder Luftdämpfer. Und ja gut, dann vorher alles vorbereiten, zusammenpacken, einladen. Das ist schon mal einen Tag weg. Und dann geht es langsam los. Eigentlich so ein Rennwochenende, acht Tage lang mindestens. Ja, die Vorbereitung und die Nachbereitung doch schon ganz schön lang.